Willkommen bei Warzone. Ich begleite dich aus dieser Mission. Folge mir und wir sichern uns den Sieg. Landungen können etwas hart sein. Lauf ein bisschen rum, um sicher zu gehen, dass alles heil geblieben ist. Zeit zum Ausrüsten. Hörst du das spezielle Geräusch in der Nähe einer Vorratskiste? Öffne diese Vorratskiste. Mir nach. Wo du jetzt eine neue Waffe hast, schauen wir sie uns mal näher an. Guter Schuss. Waffenfeuerweiß ist auf die Anwesenheit von Feinden hin. Öffne deine Taktikkarte für eine bessere Übersicht. Es ist ein Feind in der Nähe. Bewegung. Zielposition vorrücken. Bin fest. Komm her und belebe mich wieder. Okay, das tat ein bisschen weh. Wurdest du getroffen? In Warzone ist jeder Operator mit einer Schutzweste ausgerüstet. Wir teilen uns auf. Ich gehe zu der Scharfschützenposition. Du gehst vor. Rücke zum nächsten Bereich vor. Du kannst alles für dein Team anpingen. Wähle eine Position und markiere sie. Panzerung markiert. Markiere Sturmgewehr zum Aufnehmen. Setze Wegpunkt. Negativ. Ignoriert das. Ziel im Schuss liegt. Negativ. Ignoriert das. Feinde kommen. Wir müssen sie ausschalten. Jetzt ist Schluss mit lustig. Oh, Felice. Verdammt. Ich blute. Das war wirklich gut. Jetzt bist du bereit für die richtige Show. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020